Hallo zusammen, Ei Zocke hier. Falls ihr mich mal live sehen wollt schaut in die Kommentare, da findet ihr den Link zu meinem Twitch Kanal. In diesem Video zeige ich euch die Quest Eliminiert die Konkurrenz anzunehmen beim Spring Up in der Weißkrone an dieser Position. Ich nehme die Quest auf während des Patches 9.2.5 mit einem Charakter der viel zu hoch für dieses Questgebiet ist, aber ich denke mal ich kann euch auch in Viotilk Classic helfen mit diesem Video. Nun bin ich auch schon gleich im Questgebiet und hier ist die erste Konkurrenz, FFM der Getreue. Anquatschen, ich gebe auch die Map und danach werde ich die Map nicht mehr rauf machen, weil die stehen ziemlich nah zusammen und Sprechblatt anklicken. Dann müsst ihr ihn töten. Ist kein Elite Mob, sollte ziemlich einfach gehen. Hier daneben ist der Onuzun. Anquatschen, Sprechblatt besiegen. Dann haben wir hier Sigrid als Kind. Anquatschen, Sprechblatt besiegen. Und jetzt fehlt noch Tinky, doch Tiff. Tiff. Der ist hier. Anquatschen, Sprechblatt besiegen. Quest ist bereit zur Abgabe. Juhu. Natürlich zeige ich euch das auch noch. Hier entlang. Und hier. Quest ist abzugeben beim Springer. In der Weißkrone. An dieser Position bzw. in diesem Gebiet. Könnte sein, dass er ab und zu auf Patrouille ist. Ja. Toll. Ich hoffe mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Außerdem findet ihr in den Kommentaren den Link zu meinem Twitch-Kanal. Vielleicht mögt ihr auch da mal vorbeischauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao. 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 Ciao.